Easy Deutsch Lektion 1 Familie Wir sprechen Deutsch Lerne Familie Meier kennen Poznachomse s simjøy Meier V razdele my gavarim po nemetski ty poznachomse s simjøy Meier, ich drusjami i znakomimi. Ty uznach, gde ane živut, gde rabotuyt, gde učitse ich ddete, a takže, čem ane interesuetsse i što djelut v svobodne vreem. Na pervom urokse ty poznachomse s elementarnymi slovami i vyраженияmi, svesanami s temą «siemja». Vse nové slova, vyражения i oboroty budu predstavljeni na osnovi neslogenih gramatickich struktur, объясninii k ktorom ty najdjøš v razdele nemetskii od a do z so straniči 6 do 9. Razdel i my gavarim po nemetski i nemetskii od a do z pomogut tebe vypolnić slavarno-grammatickie upражнения iz razdelea upражнения. Höre und wiederhole Послушай i powtari Familia Meier Simja Meier Die Eltern Raditeli Paul Meier De Vater Otec Gisela Meier Die Mutter Mать Die Kinder Deti Rolf Meier Der Sohn Syn Andrea Meier Die Tochter Doti Die Großeltern Babushka s Diedushka Hans Meier Der Großvater Der Opa Diedushka Helga Meier Die Großmutter Die Oma Babushka Babushka Höre und wiederhole Poslušaj i powtari Ich heiße Paul Meier Gisela ist meine Frau Rolf und Andrea sind meine Kinder Hans und Helga Meier sind meine Eltern Ich heiße Gisela Meier Ich heiße Gisela Meier Paul ist mein Mann Rolf ist mein Sohn und Andrea ist meine Tochter Ich heiße Rolf Meier Rolf Meier Paul Meier ist mein Bruder Paul Meier ist mein Vater Ich heiße Gisela Meier Ich heiße Helga Meier Ich heiße Helga Meier Hans ist mein Mann Rolf ist mein Enkel und Andrea ist meine Enkelin Wortschatz Der Bruder Brat Die Eltern Rodители Der Enkel Wnuk Die Enkelin Wnuchka Die Enkelkinder Wnuki Die Familie Die Frau Die Großeltern Die Großmutter Die Oma Babушка Der Großvater Der Opa Diedушка heißen Ich Kennenlernen Znakomitze Der Mann Musch Muschina Mein Moi Meine Maja Mai Die Mutter Mat Die Schwester Sistra Sein Byt Der Sohn Syn Die Tochter Deutsch Der Vater Otec Deutsch von A bis Z Niemetzky Niemetzky Ot A Do Z Groß Und Abschiedsformeln Formen Formen Приветствия И Прощания Prощания Как и В большинстве Языков В немецком Языке Приняты Разные Более Или Менее Официальные Формы Приветствия И Прощания Они Зависят От Возраста Собеседников И региона В котором Они Живут Часто Кроме Приветствия Мы Говорим Wie geht es dir? Как у тебя дела? Когда здороваемся с друзьями и Wie geht es ihnen? Как у вас дела? Обращаясь официально. Послушай внимательно формы приветствия и прощаний, произносимые лектором. Höre und wiederhole. Послушай и повтори. Грусформeln Формы приветствий Guten Morgen Guten Tag Guten Abend Herzlich willkommen Hallo Hi Servus Grüß dich Grüß Gott Мы спрашиваем Wie geht es dir? Wie geht es ihnen? Wie geht's? Отвечаем Danke Danke schön Vielen Dank И иногда И иногда прибавляем Danke Gut Vielen Dank Ganz gut Höre und wiederhole Bis dann, Anna Bis dann, Anna Höre und wiederhole Послушай и повтори Abschieds Abschiedsformeln Немецкий Вы Они могут Они могут замещать имена существительные, благодаря чему мы избежим повторения тех же слов-предложений. Singular Единственное число Ich Ich Я Du Ты Er Он Sie Она Es оно Plural Mnожественное число Wir Wir Ihr Вы Sie Они Sie Вы – wежливая форма обращения. Sprяжение глаголов в настоящем времени. Höre und wiederhole Послушай и повтори. Heißen Звать Singular Единственное число Ich heiße Меня зовут Du heißt Тебя зовут Er, sie, es heißt Его, ее зовут Plural Mnожественное число Wir heißen Nas зовут Ihr heißt Was зовут Sie, sie heißen Ich зовут Was зовут Вежливая форма обращения. Sein Быть Höre und wiederhole Послушай и повтори. Singular Единственное число Ich bin Я Я Есть Du bist Ты Ты Есть Er, sie, es, ist Он, она, оно Есть Plural Мnожественное число Wir sind Мы Мы Есть Ihr seid Вы Есть Sie, sie, sind Они Они Вы Вежливо Есть Übung Упражнения Упражнения В этом разделе находятся словарно-грамматические упражнения. По ним можно проверить, как усвоен материал. В случае сомнений вернитесь к разделам «Мы говорим по-немецки» и «Немецкий» от А до З. На странице 23 находится ключ к упражнениям. Übung 6 Упражнение 6 Höre zu und schreibe auf. Послушай и напиши. Eins Ich heiße Rolf Meier. Zwei Andrea ist meine Schwester. Drei Wie geht es dir? Vier Vielen Dank. Ganz gut. Fünf Hans und Helga Meier sind meine Großeltern. Sechs Paul ist mein Mann. Sieben Auf Wiedersehen, Herr Meier. Aussprache Произношение Das deutsche Alphabet Немецкий Alphabet. Выполняемые буквы в разных словах произносятся иначе. Поэтому очень важен контакт с немецким языком. Выполняя предлагаемые упражнения, ты быстро освоишься с элементарными правилами немецкого произношения. Das Alphabet G G Q R S T U V W X Y Z S S S Do it know you can tell all the words and learn to write all the words and learn to read the words. It's very important. For example, to learn your name and name on phone. Maybe it happens that we hear the question. Can you say that you should know? You could be able to write the words? So it's necessary to train yourself. Paul P-A-U-L Anna A-N-N-A Tobias T-O-B-I-A-S Jürgen J-O-Umlaut R-G-E-N B-O-Umlaut Doppelt L Übung 1 Höre, schreibe die Namen und buchstabiere. Übung 1 Hans Meyer Brigitte Klein Peter Müller Jutta Schneider Übung 3 Höre und wiederhole Übung 3 Das ist Familie Meyer Paul und Gisela Meyer sind meine Eltern. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Wien liegt in Österreich. Übung 4 Höre und wiederhole. Achte auf die Intonation. Übung 4 Послушай und повторi. Abrati внимание auf die Intonation. Guten Morgen Hallo Grüß dich Tschüss Auf Wiedersehen Gute Nacht Hier spricht man Deutsch. Hier spricht man Deutsch. Hier spricht man Deutsch. Die deutschsprachigen Länder. Niemäcken Niemäcke jäzyczne jäzychnä jäzychnä jästranä. Niemäckä jäzychnä jästranä. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin Die Hauptstadt Österreichs ist Wien Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern Und die Hauptstadt Lichtensteins ist Waduz In all diesen Staaten können wir Deutsch und dessen Dialekte hören Wortschatz Der Dialekt, die Dialekte Dialekt, Dialekte Das Fürstentum Knajezstwa Die Hauptstadt Stolica Hören Slyshet Können Mocch Sprechen Gavaric Der Staat, die Staaten Госudarstwa, Госudarstwa Hosch Bona Wie Gavaric Was football Bona Von Gavaric D Da Bona Bona D Vielen Dank.